Jetzt kommen wir auf Rotasen zu. Ich weiß nicht, es muss aufs Schloss. Wer ist das denn? Oh man. Da war man so eine offene Show. Das habe ich auch mal gesehen. Da hinten sind welche, die nicht längs fahren. Guck mal eine Ansicht hier. Da hätte ich natürlich längs fahren können, einmal rum oder so. Das machen wir nämlich. Wir fahren einfach vorne mal längs. Und dann können wir ja natürlich auch mal so sagen. Ein bisschen zücken, wenn wir wollten. Aber lassen wir auch noch bleiben. Also Rotasen. Das ist es. Alles ordentlich hier. Ich kann es so sagen. Hier war aber eine Rundeshow. Oder war ich auf der Bahn. Habe ich mal angeguckt. Ich würde auch gerne wieder kommen. Das war Rotasen. 21. 4. 2. 2. 1. Tschüss.